Wenn Konzerne wie Smithfield doch einmal per Gesetz zu Auflagen gezwungen werden sollen, was selten genug geschieht, dann finden sie fast immer Wege, diese zu umgehen. Ein Jahr bevor Smithfield die größte Schlacht- und Fleischverarbeitungsfabrik der Welt in Bladen County, North Carolina baute, entzog die Gesetzgebung des Bundesstaates den regionalen Behörden tatsächlich das Recht, Vorschriften für Schweinemastfabriken zu erlassen. Wie praktisch für Smithfield. Es ist sicher kein Zufall, dass der ehemalige Senator des Bundesstaates, Wendell Murphy, der diese rechtzeitige Liberalisierung auf den Weg gebracht hatte, inzwischen im Aufsichtsrat von Smithfield sitzt und früher Vorstandsvorsitzender von Murphys Family Farms war, einem anderen Schweinemastunternehmen, das Smithfield im Jahr 2000 aufkaufte. Wenige Jahre nach dieser Liberalisierung, nämlich im Jahr 1995, ließ Smithfield mehr als 80 Millionen Liter Gülle in den New River in North Carolina laufen. Diese Jauche-Pest ist bis heute die größte Umweltkatastrophe ihrer Art. Die ausgetretene Menge war zweimal so groß wie bei der legendären Ölpest der Exxon Valdez sechs Jahre zuvor vor der Küste Alaskas. Die flüssigen Fäkalien hätten 250 Langbahnschwimmbecken gefüllt. Der Sierra Club berichtet in seinem vernichtenden Repsheet on Animal Factories, also dem Sündenregister der Massentierhaltung, dass Smithfield 1997 für unfassliche 7000 Verletzungen des Wasserschutzgesetzes Strafen zahlte. Das sind ungefähr 20 Verstöße pro Tag. Die US-Regierung warf dem Unternehmen vor, unerlaubte Abwassermengen in den Pagan River geleitet zu haben, der in die Chesapeake Bay fließt, und danach Aufzeichnungen gefälscht und vernichtet zu haben, um derlei Aktivitäten zu vertuschen. Ein Verstoß mag Zufall sein. Vielleicht auch noch zehn. 7000 Verstöße sind Firmenpolitik. Smithfield musste 12,6 Millionen Dollar Strafe zahlen, was sich zunächst nach einem Sieg im Kampf gegen Massentierhaltung anhört. Damals waren die 12,6 Millionen die höchste Strafe, die in den Vereinigten Staaten jemals wegen Umweltverschmutzung verhängt worden war. Doch im Vergleich zum Profit des Unternehmens ist es eine lächerliche Summe. So viel wird vom Konzern alle neun Stunden umgesetzt. Smithfields ehemaliger Vorstandsvorsitzender Joseph Luther III. erhielt 1997 12,6 Millionen Dollar in Aktienanteilen. Wie hat die essende Öffentlichkeit darauf reagiert? Im Allgemeinen schlagen wir ein bisschen Krach, wenn die Umweltverschmutzung biblische Ausmaße erreicht, worauf Smithfield oder sonst ein Unternehmen mit Hoppla und Sorry reagiert. Wir akzeptieren die Entschuldigung und essen weiter unser Tierfabrikfleisch. Smithfield überlebte die Bestrafung nicht nur, sondern blühte danach erst richtig auf. Als der Konzern den Pagan River vergiftete, war er der siebtgrößte Schweinefleischproduzent der USA. Zwei Jahre später war er der größte. Und er baut seine überlegene Marktstellung immer noch aus. Heute schlachtet Smithfield jedes vierte Schwein, das landesweit in den Verkauf kommt. Unsere derzeitigen Essensgewohnheiten, die Dollars, die wir Unternehmen wie Smithfield täglich in den Rachen werfen, honorieren die schlimmsten vorstellbaren Methoden. Vorsichtigen Schätzungen der Umweltbehörde zufolge haben die Exkremente von Hühnern, Schweinen und Rindern bereits Flüsse auf einer Länge von 56.000 Kilometern in 22 Bundesstaaten verpestet. Nur zum Vergleich, der Erdumfang beträgt ungefähr 40.000 Kilometer. In nur drei Jahren gab es 200 Fälle von Fischsterben. Das heißt, die gesamte Fischpopulation eines bestimmten Flussabschnitts wird auf einmal getötet, die alle dadurch verursacht wurden, dass Massentierhaltungsbetriebe nicht in der Lage waren, ihre Fäkalien von Flüssen fernzuhalten. Allein bei diesen bekannt gewordenen und dokumentierten Vorfällen wurden 13 Millionen Fische buchstäblich mit Scheiße vergiftet. Würde man sie Kopf- und Schwanzflosse aneinanderlegen, würde das eine Linie ergeben, die von Seattle an der westlichen Küste entlang bis zur mexikanischen Grenze reicht. Die Menschen, die in der Nähe solcher Betriebe wohnen, sind nur selten wohlhabend. Und die Fleischindustrie interessiert sich nicht sonderlich für sie. Der Fäkaliennebel, den sie einatmen müssen, bringt Menschen normalerweise nicht um. Aber Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Hustenreiz, eine laufende Nase, Durchfall und sogar Nervenkrankheiten wie überhöhte Anspannung, Depressionen, Wutattacken und chronische Müdigkeit sind normal. Ein Prüfungsbericht des Senats von Kalifornien stellt fest, Forschungen haben gezeigt, dass die Gülle-Lagunen giftige aerogene Chemikalien ausdünsten, die bei Menschen Entzündungen, Immunreaktionen, Reizungen und neurochemische Schäden hervorrufen können. Es gibt sogar gute Gründe, von einer Verbindung zwischen dem Leben in der Nähe eines Schweinemastbetriebs und Infektionen mit MRSA auszugehen. MRSA kann zu Hautschwellungen führen, die groß wie Untertassen und feuerrot werden, brennen und bei Berührung furchtbare Schmerzen hervorrufen. Im Jahr 2005 starben in den USA mehr Menschen, 18.000, an einer MRSA-Infektion als an Aids. Die Gesundheitsprobleme, mit denen die Nachbarn der Tierfabriken heftig zu kämpfen haben, verbreiten sich unmerklich, aber stetig im ganzen Land. Die American Public Health Association, der weltgrößte Berufsverband im Bereich Gesundheitswesen, fand die Entwicklung so alarmierend, dass man unter Auflistung eines ganzen Spektrums von Krankheiten, die mit Tierexkrementen und dem Missbrauch von Antibiotika zusammenhängen, einen Genehmigungsstopp für Massentierhaltungsbetriebe forderte. Die Stiftung Pew Charitable Trusts, die Studien zu gesellschaftspolitischen Zukunftsfragen finanziert, hat eine Expertenkommission eingesetzt, die nach zweieinhalbjähriger Forschungsarbeit sogar noch weitergeht. Der Abschlussbericht fordert zur Verbesserung des Tierschutzes und der öffentlichen Gesundheit eine stufenweise, aber letztlich völlige Abschaffung bestimmter intensiver und inhumaner Tierhaltungspraktiken. Die wichtigsten Entscheidungsträger, die täglich auswählen, was sie essen und was nicht, sind allerdings untätig geblieben. Bis jetzt haben wir weder ein landesweites Moratorium noch gar eine Abschaffung der Massentierhaltung gefordert. Wir haben Smithfield und Konsorten so reich gemacht, dass sie Hunderte von Millionen Dollar investieren können, im Ausland zu expandieren. Und das tun sie nicht zu knapp. Smithfield, das sich noch vor nicht allzu langer Zeit aufs US-Geschäft beschränkte, hat sich inzwischen über den ganzen Globus ausgebreitet und operiert in Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien. Der Wert der Smithfield-Aktien im Besitz von Joseph Luther III. wurde vor kurzem auf 138 Millionen Dollar geschätzt.